Trizepsure, oberflächliches Flexorenkompartment des Unterschenkels, Gastrocnemius, Caput Laterale, Gastrocnemius Caput Mediale. Plantaflexion, Gastrocnemius Caput Laterale, Übergang, Muskelbauch, Sehnenplatte, Ansatz über Achillessehne, Antobacalcanei, Musculus Soleus, und jetzt mal wieder loslassen, Seppte zwischen Musculus Soleus und Peroneus Gruppe. Muskulatur an der Facies Dorsalis der Tibia, Magomedialis Tibia, Schieben von Trizepsure nach Lateral, Druck von Dorsal auf Facies Dorsalis Tibia, Musculus Popliteus. Tastung nach Distal, Ursprung Musculus Soleus, Linea Musculi Soleus Tibiae, Tastung weiter nach Distal, Ursprung Flexor Digitorum Longus, Druck von Dorsal nach Ventral gegen Facies Dorsalis Tibiae, Flexor Digitorum Longus, Flexor Digitorum Longus und dann nur mehr Tibia Fläche. Tiefes Flexoren Compartment im Bereich Malelus Medialis, Tibialis Posterior, Flexor Digitorum Longus, Flexor Digitorum Longus, Flexor Halucis Longus. Flexor Digitorum Longus überkreuzt am Unterschenkel den Tibialis Posterior und am Fuß den Flexor Halucis Longus. Flexor Halucis Longus, Flexor Digitorum Longus.